Nach Australien auswandern, das ist doch lächerlich. Das ist ihr Zug. Ihr Zug, ihr Zug. Ich wünsche eine gute Reise. Eine Riesen-Sensation, eine Stiftung, die auf einen Schlag alle Bewohner des Städtchens zu wohlhabenden Leuten macht und die Bedingung erfüllen, die mit dieser Stiftung verbunden ist. Sind Sie sich bewusst, dass nur durch Sie uns diese Stiftung angeboten worden ist? Was für ein Theater. Nun, die Stiftung ist angenommen, einstimmig, nicht des Geldes. Nicht des Geldes. Sondern der Gerechtigkeit weh. Sondern der Gerechtigkeit weh. Und aus Gewissensnot. Sie fürchten sich nicht? Nicht mehr sehr. Ich werde für Sie beten. Beten Sie für Gürten. Was ist denn hier los? Herzschlag. Tod aus Freude. Tod aus Freude. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Die Schlefhoden. Das Leben schreibt die Schlefhoden.